Die internationale Union-Etappenfahrt steht an. Was erwartet die Cottbus an? Ja, es reisen 20 Mannschaften aus Deutschland und den anderen Ländern, sprich aus 8 Nationen an, 10 ausländische Mannschaften, 10 deutsche Mannschaften, 120 Rennfahrer, ca. 200 Teilnehmer, da ja auch ein Betreuerstab, Mechaniker, Physiotherapeut, alles mit dazugehört. Und wir fangen nächsten Freitagnachmittag in Trebko an, war ja mit dem Start der ersten Etappe. Am Samstagvormittag haben wir eine Einzelzeitfahrt in Drachhausen nach Vero. Samstagnachmittag das Rundstreckenrennen rund um das Waldhotel. Und am Sonntag endet das Ganze mit einem langen Straßenrennen rund um Dissen, also im Spreewald, wo wir halt auch nochmal optimale Bedingungen für die Rennfahrer haben. Wo liegen die Cottbus-A-Hoffnungen dabei? Ja, wir setzen ganz große Hoffnung in Juri Holmann, der in diesem Jahr auch schon seinen ersten internationalen Einsatz mit der Nationalmannschaft in Belgien hatte. Und ich denke mal, das ist so ein Aspirant wie in den letzten Jahren, der auf dem Treppchen für uns stehen könnte. Was macht das Straßenrennen insbesondere aus? Straßenrennen insbesondere, man hat unterschiedliche Begebenheiten, mal den Wind von der Seite, von hinten schmale Straßen, Kopfsteinpflaster finden wir auch noch kleine Stücken bei uns. Also so, dass sich der Rennfahrer immer wieder auf eine neue Situation einstellen muss. April spielt sicherlich halt auch nochmal das Wetter eine Rolle. Wir hatten halt auch schon mal Schnee. Ich hoffe natürlich, dass wir in der nächsten Woche wunderschönen Sonnenschein haben, weil das für alle, nicht nur für die Rennfahrer, sondern halt auch für die Helfer und Organisatoren, ja schöner ist, die Veranstaltung durchzuführen. Zuschauer können jederzeit dabei sein? Zuschauer sind jederzeit gern gesehen, natürlich optimal im Zielbereich. Da sieht man dann, wer als Erster über den Zielstrich fährt, beziehungsweise halt auch an den Wendepunkten oder an den Kurven, wo die Rennfahrer natürlich mal ihre Geschwindigkeit verringern müssen, sodass man doch mal einen längeren Blick auf die Rennfahrer hat. Ansonsten sind sie natürlich mit Geschwindigkeiten zwischen 40 und 50 kmh unterwegs. Worauf sollten Autofahrer achten? Das ist ja nicht alles gesperrt. Nein, die Straßenrennen werden von der Polizei begleitet. Sprich, es gibt ein Führungsfahrzeug, die in Anweisung dieses Polizeifahrzeuges sollte man Folge leisten. Wenn das Fahrerfeld und die Materialwangen dann passiert wurden, kommt das Schlussfahrzeug der Polizei und dann ist es wieder ganz normaler Straßenverkehr.